Hallo, heute sind wir im grünen Zoo Wuppertal. Wir haben heute das zweite Mal die Hirscheber zusammengelassen. Gestern war das erste Mal. Die Yala war jetzt seit ca. Januar alleine, hat dann im März unseren kleinen Kedua bekommen. Das heißt, sie war ab da an zu zweit. Und gestern war das erste Mal, dass dann der Papa und auch die Tante mit dabei waren. Und heute haben wir das Ganze wiederholt. Gestern war es schon sehr friedlich. Heute ist es ebenfalls friedlich verlaufen. Bis jetzt kann man nichts Negatives erkennen. Was super ist, ist, dass der Manni seinem Sohn im Prinzip gegenüber eher mit Desinteresse begegnet. Das ist auf jeden Fall besser als eine Aggression. Allerdings auch wenn die dann aufeinandertreffen, wenn der Kleine, der ist sehr neugierig, der läuft dem Papa manchmal hinterher, dann ist er eher freundlich zu ihm, als dass er ihn wegjagen möchte oder so. Gestern konnten wir auch schon erkennen, dass er die Yala direkt wieder begatten wollte. Das ist auch ein schönes Zeichen. Die beiden waren super nett zueinander. Und die Franzi, die hält sich bis jetzt eher abseits auf. Aber auch das ist okay. Das braucht jetzt so ein bisschen, dass sie wieder zusammenkommen, dass sie wieder eine Familie werden. Und wir hoffen, dass sie dann in Zukunft erstmal wieder tagsüber, ohne dass wir dabei sein müssen, zusammenlaufen können. Und irgendwann dann auch wieder Tag und Nacht zusammen sind und auch zusammen im Bettchen schlafen können. Weil das machen Schweine sehr, sehr gerne. Die liegen alle zusammen dann im Stall und schlafen. Außerdem konnte man jetzt gerade ganz gut erkennen, dass wir Nüsse verteilt haben für die Zusammenführung. Das ist jetzt vielleicht gerade interessanter. Das ist ein typisches Paarungsgeräusch, was der Manni gerade macht. Also es ist nichts Böses. Er möchte sich jetzt paaren. Die Yala möchte das aber noch nicht so, wie man gerade sieht. Aber auch das ist jetzt nichts Bösartiges. Sie dreht sich halt einfach nur mit dem Kopf zu ihm, damit sie mit dem Hinterteil nicht bei ihm ist und er sie nicht begatten kann. Und der Kleine, wie man gerade auch sehen kann, der ist dabei. Der guckt sich das Ganze an und trotzdem ist der Manni super nett. Das ist ganz schön. Und was man jetzt vorhin beobachten konnte bezüglich der Nüsse. Der Manni, der heimt sich immer die ganzen Nüsse ein und will die anderen dann auch so ein bisschen wegjagen. Er ist halt der Chef. Er ist sehr dominant, was das Futter angeht. Und deswegen hat die Franzi sich dann gerade den Mund vollgeschlagen mit Nüssen und ist dann weggelaufen, damit sie wenigstens so ein paar abbekommt. Das ist auch der Grund, warum unsere Hirschäber bei uns alle einzeln gefüttert werden, sowohl morgens als auch abends, damit jeder seine Portion bekommt. Sonst würde der Manni alles fressen. Was man jetzt wieder kennen kann, ist, dass die Blanken an den Nebenboden mal mit Manni ausgeprägter zeigen. Und es kann sein, dass so eine halbe Stunde ungefähr der volle Boden dann da ist. Also es ist wirklich, wenn er ihr begegnet und sie begatten möchte, dann erst dann prägt sich das so aus. Und dann kann man auch sehen, dass er in Paarungsstimmung ist. Wir haben die Franzi als erstes schon mal mit zur Jalla gelassen. Das ist aber schon ein bisschen was her und das ist leider nicht so gut verlaufen. Die Jalla wollte die Franzi ganz in der Nähe von dem Kleinen haben, hat die Franzi dann auch gejagt. Und das hat der Kedua sich abgeguckt und jedes Mal, wenn die Franzi jetzt kommt, fängt er nämlich an, die Franzi zu jagen. Und noch lässt sie sich das gefallen. Aber es kann sein, dass irgendwann, wenn sein Weltenschutz dann auch mal vorbei ist, das Ganze sich auch andersrum drehen kann. Und dann jagt sie ihn, wenn er so weitermacht und so aufnützig ist. Und dann wird er so weitermacht. Und dann wird er so weitermacht. Kann dann direkt das Paarungsverhalten sich angucken und irgendwann dann auch mal imitieren. Das ist ganz schön. Und man kann jetzt schon sehen, also das, was ich dann gesagt habe mit dem Boden, die kann man jetzt ganz gut erkennen. Das ging relativ schnell jetzt. Das ging relativ schnell. Das ging relativ schnell. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.